so und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge bus simulator hier schön dass ihr wieder da seid so ich habe mal ein bisschen was weiter gemacht hier und zwar müssen wir noch manche haltestellen hier in level 3 bekommen und es doch ganz schön ein paar über die jetzt auf die karte guckt sehen wir hier noch relativ viele blinkende punkte die hier noch aufgelivelt werden müssen zum beispiel steineck ost west und dann haben wir noch hohe straße da oben in scharf fetterfield also wir haben eine neue linie 20 und ich habe einen weiteren busfahrer eingestellt denn ich habe nämlich gesehen wir hatten ja viel zu viele busse und viel zu wenig fahrer deswegen kamen hier aber zwei fahrer dazu sollte dem geldball noch ein bisschen was gutes tun so und dadurch dass wir in der letzten folge die linie 80 gefahren sind 17 dabei fahren müssen denke ich mal wenn wir das wohl tun oder fahrer ist ja das spielt eigentlich keine rolle wir können auch das hier eigentlich fahren und dann passt das ganze so ich habe mir noch keinen bus gekauft und daher passt das so wir machen wir jetzt nicht wieder zufall und dann los geht's so los geht's weiter so einzel standard drücken 87 80 steineck west so steineck west eine fahrkarte einzel standard drücken oooohhhhhh danke kann ich bitte eine fahrkarte haben Woche standard gemeinsame eine fahrkarte Regidier Tag stand wert wong in steineck Ein bisschen langsamer gefahren, damit wir jetzt da nicht gleich wieder das Schlagloch da und es wird direkt überholt. Nicht schlecht. Und da war das nächste Schlagloch. Und da war das nächste Schlagloch. Oh, das ist so eine Krüche. Da oben. Senior, drücken. Woche, Senior. So, war ein bisschen ländlich heute hier. Nächster Hall, Gutshof, Rheinjäger. Sieh dir den ganzen Apfel an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ich brauche eine Fahrkarte. Tja, das ist eine gute Frage, warum sie sich nicht darum kümmern, ne? Weil es den Leuten mittlerweile wahrscheinlich vollkommen egal ist. Nächster Hall, hohe Straße. Und das war mir, ich glaube, es war mir. Und das war mir. Und das war mir. Und der ist eine gute Frage. Und dann ist das chip. Und dann ist das, was ich mir da. Ich bin da. Verlust da, ich bin D-düree. Und dann ist das, wie wir wollen. Moooo! Cute. Nächster Halt, Rohlstraße. Nächster Halt, Dr. Julius-Matchner-Straße. Nächster Haltestelle, die wir so lange nicht gehört haben, wa? So, es ist eine bestimmte Haltestelle, die wir hinten auch mitnehmen. Nächster Halt, Dr. Julius-Matchner-Straße. So, zwei Stücke dagegen. Ähm... Standard... Moment. Wo ist meine Tasche? Nächster Halt, Dr. Julius-Matchner-Straße. Nächster Halt, Dr. Julius-Matchner-Straße. Dr. Julius-Matchner-Straße. So, das heißt, das ist eine bestimmte Haltestelle. Es hat einen guten Tag, um Stein-Matchner-Straße zuuben. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Einzel, Standard. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Oh. Äh. Einzel. Einzel, Urlaub kommen. Nächster Halten. Flüsterweg. Endstation. Bitte alle ausschneiden. Aha. Schon? Das gibt es doch gar nicht. Das ist bestimmt eine Haltestelle. Die eine Haltestelle da, die haben wir bestimmt vergessen. Das gibt es doch gar nicht. Nächster Halten. Flüsterweg. Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Das schaut da ganz gut aus. Bis wiedersehen. Höhe Straße. Da müssen wir wohl nochmal ran. Weißt du was? Das machen wir jetzt gleich. Da war nämlich die Aufgabe nämlich auch abgeschlossen. Wir hätten sie jetzt mal umgekehrt fahren können. Heute ist Feiertag und es regnet. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Woche Senior drücke. Danke. Ich denke ich brauche mehrere Fahrkarten bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist die Fugenzugnis fort. Andere ist. Das ist die Fugenzugnis. Das ist die Fugenzugnis. Heute ist ja auch noch Feiertag, deswegen ist hier so viel los auf der Strecke. Wahrscheinlich der Bus wieder zu klein oder sowas, das wäre natürlich ein Traum heute. Was ist denn da los hier? Ich musste gestern arbeiten. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ach da ist er, guck mal, da steht sie. Da war schön ausweichen, die Schlaglöcher. Ich bin so schön ausweichen. kann schon ein bisschen auf den säcke gehen der fahrkartenverkauf was ich fahrt ihr mit fahrkartenverkauf oder habt ihr das schon abgeschaltet eine fahrkarte entschuldigung können sie noch mal die tür aufmachen ich bin eingeschlafen haben wir verspätung die ganzen tickets hier ja das ist es geht auch gleich weiter eine fahrkarte bitte ich brauche eine fahrkarte und zug Okay. Sooo Oh. Hohe Straße. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Ja, und ich hasse, dass hier immer zu viel Geld bezahlt wird. Ja, Leute. So ist das halt. Ja, ist das. Das ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier wieder zurückkommen? Mensch, Mensch, Mensch. Spielt ihr doch den Bussimulator oder ist es so mittlerweile verflogen? Der Release ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Oh, ist ja rot. Gut. Oh, der wird viel. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Mein Gott. Es gibt ja überall Automaten, wo ihr Tickets kaufen könnt, ey. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich bin, ich bin, dass es nicht verletzt hat. Ich bin, ich bin, ich bin ja hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Flüsterweg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020